Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxa. Oh, die grünen. Bälle, die sehen gefährlich aus. Ja komm, Mäuschen. Bleib drauf, Papst. Komm, schieß ruhig, ja. Ich kann mir hier nichts. Komm, wir sind ein bisschen näher hier. Nur für dich. Ha! Thema ledig, würde ich sagen. Der Standardwaffe. Ich dachte, ich brauche keine andere Waffe. Juhu! Ja, das hat Spaß gemacht. Oh, oh. Das sieht ja mal gar nicht so freundlich aus. Gut. Ich denke mal, hier muss ich bestimmt ja nachher durch. Ich habe gerade im letzten Augenblick noch gezögert. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Das wäre es gewesen, wenn ich hier drauf gegangen wäre. Deswegen speichere ich mal eben. Und die Schlange ja wieder besiegen. Ha! 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 Na ja. Und hier dann jemand doch von oben kommt. Von unten, von rechts, von links. He! Und nu? Oh, gehen wir mal da drauf, ne? Coole Perspektive, keine Frage. Also muss hier oben irgendwo ein Weg sein. Wir können ja mal den Tippeschritt versuchen. Ich könnte mich jetzt hier entlanghangeln. Ja, und dann? Mal testen wir mal. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was der Ball macht. Um Ecke geht es schon mal nicht. Aha. Nehmen wir mal nach oben. Ja, ja, ja. Wer möchte da etwas von mir? Munition, cool. Aha. Ich bin Silara. Ich warne grundsätzlich vor. Ah. 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 Oh. Das sieht heiß aus. Okay, okay, okay. Mal alles abschecken hier. Ja, eigentlich... Da konnte ich einfach links entlanglaufen, noch nicht. Aber das wäre ja zu einfach. Okay. Und warum kannst du da nicht entlanglaufen? Okay, da hätten wir eine Kante. Aha. Was ist da noch da oben entlang? Okay. Feuer sieht schon cool aus, ne? Keine Frage. Okay, okay. Okay. Was ist, wenn ich hier runterspringe? Ja, es sollte funktionieren, ne? Ja. Mhm. Ah. Haha. Ich werde doch erst gucken, bevor ich renne. Okay. Aha. Wo kommst du denn her? Du Riesenschalter, du. Ja komm, Lara. Boah. Jetzt aber. Na, dann gehen wir wieder nach oben. Schön, seitdem gehen wir auf Zeit. Ja, wie komm ich jetzt wieder nach oben? Na ja, okay. So, Lara. Jetzt bist du aufgespießt. Das ist ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Immer die gute Frage ist jetzt, wohin damit? Das mal abschicken. Was da gibt einen den Sinn? Oh, man sieht auch nicht gerade... Ah, vielleicht da hin? Kann ich da hoch? Oh, mal testen, ne? Versuch macht Luke. Sonst haben wir hier nichts, ne? Oh, Mann. Hm. Okay. Wo muss ich ab hin? Hallo Loch, wo bist du? Machen wir noch mal einen nach vorne. Vielleicht passt das ja dann schon. Oh. Nein, zurück. Geht nicht. Haha. Wollen wir den nicht hier hinschieben? Komisch, komisch. Vielleicht habe ich falsch geschoben. Weil da so eine Kante ist. Vielleicht kann Lara nicht in die Kante schieben. So, was jetzt noch mal? Jetzt einen nach vorne, beziehungsweise zwei. So, und jetzt noch einen. Nee, geht nicht. Komisch. Oder reicht das schon? Na komm, noch einen Schritt. Bist du Kante? Noch einen Schritt. Ja, na. Ja. So bist du ausgerichtet. Gut. Dann klappt das auch mit den Hochspringen. Aha. Welchen Kollegen haben wir denn da? Hallo, wer bist du überhaupt? Wie heißt, wie gilt das hier? Aha. Aha. Das ist nur so ein Geheimnis. Aha. Hups. Lara, wo willst du hin? Bleib doch oben. Komm mit dem Brecheisen. Ja, sag ich doch. Meins. Bäm. Zack. Geheimnis. Och, wie schön. Ja, Geheimnisse sind schön und toll. Bringen mich aber erstmal nicht so wirklich weiter. Ja. Was ist denn wenn ich in Runterschubs? Geheimnis. Geheimnis. Tatsächlich. Es funktioniert. Ja, der ist schon lange weg. Aber ist egal. So, wohin mit dir jetzt, Kollege? Ja. Ist auf der anderen Seite. Auch gut. Gut. Dann. Gehen wir auch mal auf die andere Seite. Und nehmen den Block einfach mit. Ah. 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 Wo schieben wir denn hin? Ja. Da drauf einfach. Fällig. Sollte das schon passen. Das wäre so mein Plan. Da drauf einfach. Da drauf nicht. Ah. Na, in die Schmerzen. Ah. 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 Oh nein, dann sollte das ja eigentlich passen, vielleicht, stopp, hä, das geht also auch nicht, okay, ja, ja, ich plane mich da drauf und dann rüberspringen, okay, so, Versuch macht klug, würde ich sagen, ich muss einfach hier rüberspringen, oh, ja, das passt so gerade eben, cool, okay, Lösung herausgefunden, oh, komm her, jawoll, endlich mal wieder ein paar Gegner hier, hier ist alles, oh, ich wollte noch ein paar mehr haben, und ein paar Spinnen wären cool, okay, man kann hier her, man kann da her und man kann vor allem ins Wasser, okay, das bringt jetzt nicht so viel, Tür geht nicht auf, war klar, ist da irgendwas besonderes, nö, Ah, man kann jetzt auch, okay, cool, gut, dann bleibt ja nur noch ein Weg, und zwar die Treppen hier hoch, ups, ich sollte auch mal Licht anmachen, Ah, was haben wir denn da Schönes, Muni, komm, nimm die Muni auf, Kollege, wie heißt du, bist du ein Mann oder eine Frau, das Wort Mensch, aus irgendwelchen Gründen, ich will Lara das nicht aufsammeln, komm, Lara, ach, dann nicht, aber andererseits, ah, ich will das haben, ich will das haben, ja, keine Chance, ich kann das irgendwie nicht aufsammeln, ja, okay, ich hab verstanden, auf Zeit, ne, auf Zeit, puh, nur was ist jetzt passiert, komm, jetzt aber, ah, soll ich das Loch schon treffen, schwimmen, schwimmen, der war jetzt aber knapp, aber ich hab den Schlüssel, das ist schon mal sehr gut, wofür doch immer gut ist, gut, gut, nur zum Schlüssel, wird auch ein Schlüsselloch, und I don't know, wo einer ist, also hier ist definitiv nichts mehr, außer die Muni, wie ich nicht aufnehmen kann, komm, komm auf, Lara, jetzt aber, ich will's haben, nur für mich, jetzt nur noch bücken und aufsammeln, ah, schade, so, jetzt hab ich zwei Schlüssel, mit denen ich nichts anfangen kann, natürlich jetzt die Frage, wohin, äh, die Tür ist auf, okay, dann gehen wir mal durch die geheimnisvolle Tür, ah, stopp, ah, 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 Vielen Dank.